ja servus leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge subnautica hier auf meinem kanal und da können wir noch nicht machen in 300 prozent ist geladen da können wir auch nix machen wir müssen gucken dass wir auf jeden fall jetzt silber bekommen das war jetzt das was wir brauchten wir machen jetzt sogar wir machen noch mal essen und futter noch mal hier auch gekochten bohmerin können wir auch noch mal futter dann können wir auch ein bisschen wasser noch glaube ich dazu ich glaube noch gekochten bohmerin können wir machen was brauchen wir hier wir brauchten jetzt glaube ich silber genau kabelsatz zwei silbererz brauchen wir jetzt die müssen wir finden das essen wir einmal bitte müssen silbererz finden was war mit dem anderen ressourcen ausrüstung da war dann auch irgendwie so ein so ein schwimmende nein werkzeugscanner reparatur feldmesser fahrtfinder werkzeug okay auftriebskörper löscht scharkel konstruktionswerkzeug nein das ist das nicht sägelleiter batterie schmierstoff kupferdraht titan getan hätten wir dabei wir brauchen noch eine batterie schmierstoff und kupferdraht batterie schmierstoff batterie hatten wir schmierstoff und kopf hatte warum mit zwei kupfer für kurz gerade noch kupfer habe ich glaube unten hatten noch kupfer sind wir da nina damit kein kupfer haben wir kopf erz kein kupfer aber auch kein kupfer haben wir auch kein kupfer wir brauchen neues kupfer ne oha wir brauchen neues kupfer leute wir haben kein kupfer mehr ne 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 wir brauchen neues kupfer ok wir müssen wieder kupfer finden wir brauchen einen kupfer und zwei silber so wie ich das sehe ne ok da haben wir haben keinen platz hier ne das brauchen wir nicht den feuerlöcher brauchen wir eigentlich nicht die löchtfackeln brauchen wir nicht die kreaturen eier können wir hier raus ne dann packen wir die kreaturen eier hier raus würde sagen dann kommen die unten rein den schweber lassen wir mal hier drin und packen die kreaturen eier unten rein würde sagen da ist kein platz da wird auch ein platz da ist kein platz ist auch kein platz hier ist auch kein platz na gut dann nehmen wir die kreaturen eier mit wenn sie weg sind sind sie weg ne ok einmal noch sauerstoff tanken ok dann wollen wir wieder in richtung was müsst ihr du kerl hier ne hau ruhig ab hau ruhig ab was ist das ding da das heißt wir müssen eigentlich in diese richtung wieder wir müssen wieder diese ablagerungen finden mal wieder ne ich will jetzt auch nicht so viel titan jetzt mitnehmen jetzt brauchen wir noch mal essen das krieg kriegen wir so hin geben wir mal sauerstoff blase da ist nix drin wir brauchen die abgabungen da sind ablagungen glaube ich ne ja ok haben wir bekommen ich weiß es nicht schau mir jetzt erstmal grad schnell an die ohrfläche wir haben eins bekommen das andere haben wir grad gar nicht bekommen ne wo war das was da ne das war nicht da ne aber das hier aber nach oben Luft holen haben wir grad silber gefunden ich hoffe ich hoffe ich hoffe dass wir das dabei haben ne ein silbererzhammer komm hier ne geh weg ich weiß nicht ob wir den eingreifen können ist auch noch so eine frage ne die ist auf jeden fall relativ gefährlich aus der kerl hier ne wir sind auch ziemlich langsam dafür ne komm hoch 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 ich glaube der ist tot hat sich gerade auf jeden fall nicht mehr bewegt hat sich gerade auf jeden fall nicht mehr bewegt scannen ein sandhai ist das ein sandteil wir müssen hoch 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 komm komm leute 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 geiles game jetzt die frage können wir den abbauen können wir den nutzen für irgendwas also wie sehe ich aus wie spartan spartanius oder so ist ein reif fisch okay aber noch so viel kann man nichts mitmachen jetzt wird knapp komm komm schneller 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 wahnsinn das ist auch noch was ok laserschneiderfragment noch mal nach oben noch mal nach da weil da sind noch mal das war hatten gemacht jetzt noch mal so ablagerungen salzablagerungen oder sowas genau hatten wir hier noch irgendwas an einschlüssen da da war noch was genau glaube ich nee doch nicht dazu müssen wir aus ne sind zwei von den viechern müssen wir auftauchen da ist noch was die frage ob hier noch irgendwo was ist an ablaugung oder so ne können wir mit sicherheit gebrauchen tauchen lieber noch mal nach oben lieber einmal zu viel als einmal zu wenig meiner meinung nach oben 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 Komm schon, wir haben was nicht. Ab nach oben Dann ab zur Base erstmal Ab zur Kapsel Piercherzahn Komm schon Na Komm Hat er nicht Komm her Komm schon Stirb Mensch Ich guck die kann man gar nicht nutzen Oder so Ah Jetzt Jetzt bist du mutig geworden Oder was Jetzt ist er mutig geworden Jetzt sind sie zu dritt Jetzt werden sie mutig Ihr helft euch jetzt gegenseitig Zu viert Na Ich guckne Ich guckne Das war's für heute. von stress wir wollen stress hier muss erst mal hier ein bau hier wieder saustoffbruch trinken leute 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 also wir machen das können wir machen wir können erst mal erst mal essen gekochter reifisch können wir machen bücken reifisch wahrscheinlich auch noch mal erst mal essen okay machen wir das erst mal erst mal erst mal was ne korte glücker gekochte glücker wir brauchen wir was trinken haben wir ihn noch trinken drin trinken wir gerade nicht okay das können wir machen hier immer jetzt glas schmierstoff was kann man noch mal an titan haben hier schrott gefunden genau einmal schrott dann kann man auch mal viermal titan machen dann können wir noch mal gucken was wir noch mal körperliche leitung schwimmende luftpumpe standard auf das brauche ich nicht ich brauche jetzt dementsprechend entwerf fasergewebe oder was war das hier was nicht überhälter nein sägeleiter sägeleiter mobile fahrzeugstützen signal wo ich hätte gerne das brauchen wir hier für noch einmal silbererz brauche noch wo noch einmal silbererz leute ok können wir sonst schon mal was machen können wir nichts machen hier irgendwas bauen siegleiter das sind die baupläne ok das heißt da können wir gar nichts bauen na gut dann müssen wir definitiv hier gucken dass wir einmal wasser 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 ok machen diese blasen fischer dich nicht du haust man bitte ab hirscher ich weiß nicht wann die mal hier dem scheiß mal besiegt sind kann ich nicht die sagen aber auch und denkt blasenfichter ist glaube ich einer dass einer hier sind glaube ich paar blasenfische da sind auch noch zwei da sind auch noch einer ich weiß ja gar nicht ob man die überhaupt besiegen kann das ist das problem ob man überhaupt an die rangehen sollte oder nicht ich habe keine ahnung wasser machen ein paar mal wasser wasser kann man echt gebraucht hat ok was kann man echt gerade gebraucht ok leute damit danke erstmal fürs zuschauen hier in dieser folge ich freue mich natürlich wenn ihr wieder mit dabei seid und sagen in dem sinne bis dahin servus und tschüss tschüss ja 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 Bis zum nächsten Mal.